Und da bin ich drauf und dann hab ich mir das Zeug und hier so, dass die Google hat dann irgendwas da eingestellt. Oh ich, ja. Also, die haben ja, Google hat ja irgendein Ding da weggemacht, ne? Ja. Woanders seh ich vollkommen scheiße aus. Das geht ja ein Spiel, wirbeln aber. Ja. Aber wie gesagt, das ist weggefühlt, das ist alles einfach. Irgendwann hast du ein Kind sowas. Also, was die Leute... Ja. Ich dachte, hier war dein, äh, Daniel Schlötzger. Ja. Totaler Quatsch und da kannst du gleich mal wieder was tun. Hä, Carsten, hast du jetzt nicht in einem Video übernehmen? Was? Nein, überhaupt nicht. Also, so gepostet, also diese Videos, die schickt er, also gemacht er, doch ist der andere. Jetzt hat das jetzt noch nicht eine Antwort, dein Freund, ja? Oh, was ist das denn? Okay. Ja. Ja. Vielen Dank.